hallo und jetzt kommt zu einer weiteren folge destiny 2 wollen wir machen Vielen Dank. 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 Und dann starten. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 die Zeit um Corona haben wir gesagt 2. März auf und das Video hätte gestern also am 21 März online kommen müssen hast du vergessen und deswegen kommt morgen den 23 März auch noch ein Upload hier geht es noch mal weiter ich bin jetzt erst mal vorbei verarbeitet und dann liebt es hoch 15 Minuten geht steht dort reichen wer kennt es nicht er hat er kennt mich nicht vieler dabei ich habe noch mal die Folge ist heute ein bisschen verflucht hat sich das gefühlt aber es sollte auch kein Problem aber ich kann sein noch mal sein zu krank wenn ich fand solche Let's Place aufzunehmen der Skipper hat noch Spaß gemacht habe er gestern auch gespielt am 12 März der Skipper und er kann jetzt auch bald die Folgen online und zwar am Dienstag ne Montag kommen dann die weiteren Errungenschaften okay damit dass sich aber abwechselnd ist die und genommen Prozent nicht so kann ich auch verkaufen nicht nicht ich wollte jetzt bei Karten 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 Kürzen 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 2 ein finden ich bin zufrieden aber ich kann nicht sagen die weiter in alle 25 davon von 5 er auch über ist und jetzt fünf Folgen ich kann mal gucken das heißt wenn die umgekehrt und jetzt noch was ich auch hat sie nicht 3 drei Stunden müssen das sein halbe Stunde neunstunde noch eine halbe Stunde zwei Stunden zweieinhalb Stunden man schon gefällt sich genau damit werden die Folgen zusammen aber auf jeden Fall wieder die Erfangemacht ich möchte eigentlich machen so ich wollte der Typ ist immer noch da das heißt äh wenn die ab Montag kommen die Folgen heißt das äh heute am Sonntag kommt noch mal eine Destinie zwei Falle und dann morgen äh nicht und dann die Skipper und jemand braucht den Tanzsparty schön kann man mit ihm nicht Sprechchen Kiel geht es immer schon wieder nicht weiter Ok. Gehen wir mal hier weiter. Da oben. Ok. Ja. Geht's denn jetzt raus? Jetzt der Weg kommt da hin. Ok. Ich bin noch. Ok. Ich hätte die Zulierung. Das ist mit die beste Rüstung im Spiel. und mit und schließend schmutzige Menschen schmutzige gibt es ja irgendwelche mit mann nicht nicht mit Na gut, na gut. Dann werden wir in der nächsten Folge werden wir dann starten zum Todesmond. Zur Todeszone, meinte ich. Also dies dann hier. Ah, kann ich noch nicht. Ah, kann ich auch noch nicht. Mist, okay, dann werden wir. Dann muss man wohl grinden. Das kann man nämlich auch noch nicht machen. Dann müssen wir wohl hier noch bei Pro und Grinden. Hier, das müssen wir grinden und dann können wir auch diese letzten Monde fertig machen. Genau. Also dann machen wir in der nächsten Folge noch mal die Vorhut eine Runde. Dann mal gucken, ob wir hier von was machen können, ob wir dann Paul oder wir 800 sind. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech und dann, das kann man halt nicht machen. Dann, dann, ja. Wenn wir also die Foldstrack mal machen. Dann gehen wir nochmal zu den Typen dahinten. »Ja, da mal kurz rein, Nhö, da habe ich noch nicht gesprungen.« »Sieiße, ich bin nicht mal einIT.« »Sieiße, ich bin nicht mal gesprungen.« »Uh, ich bin nicht mal gesprungen.« »Anhem, das war mir jetzt gar nicht gesprungen.« »Mischgeschickt, genau.« »YouTube, genau.« »Und dann, wenn ich noch nicht verhägt.« »Ich glaube, jetzt will ich morgen nicht wahrnehmen.« die 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 das ist auch schon mal eine Quester wir brauchen Schwer kann wenn ein paar Punkte ergibt sich aus dem Gesamtwert der Power deiner aktuell angelegten Rüstungsgegenstände eine höhere Power Punktezahl verbessert sowohl die verursachten können wenn ich das hier alles mal umziehe guck mal da haben wir schon mal 752 ja 55 guck mal guck mal mal an 762 764 6 ich glaube es muss das beste ne okay nice ja dann wissen wir jetzt auf jeden Fall das machen äh ich tue auch bald nachtel dann haben wir das haben wir das jetzt auch und dann ne dann haben wir das jetzt auch geschafft das das ist gleich auch hochgeladen die mit Mama von dahinten sicher ich muss Sport machen das ich würde das das ich bin ich kann ich wenn es rauskommt das kommt genau am 30. März 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 um wir sind zu leute bei einem späteren auch ich brauche Warte mal, kann man bei der da hinten irgendwas kaufen? lass mich das mal nachgucken ich bin nicht so hoch ich kann ja nicht so hoch sprechen schade ok hier vielleicht? Poststellen ah ok hier ist das wahrscheinlich nicht hat man braucht haa blassen ich finde scheiße ich hab Silber kaufen das ist alles so scheiße naja schließen gut ja nö eigentlich nicht ja ähm na gut ok aber naja das soll jetzt auch schon gewesen sein und ja ne wir werden dann in der nächsten Folge noch ein paar oder vielleicht noch ganz viele oder noch ganz viele mehr Vorhut äh Mission machen damit wir Power Level 800 und sowas erreichen und ja genau das ist nämlich jetzt das Ziel weil wir haben ja genau ähm jetzt will ich auch sagen das war's mit dem Video so ich bin das schon und sage tschau tschüss und auf Wiedersehen da kommt wir sprechen nochmal mit dem da hinten leu äh äh vielleicht hat er noch was im Angebot äh ok ja hier werden wir werden dann auch noch mit der Mission ähm also also hier mit dem Schwert das werden wir äh auch noch ähm ja direkt dann in der Mission machen das vielleicht sogar zehnmal und dann müssen wir mal mal gucken ob das so passt aber ja aber jetzt würde ich auch wirklich sagen das war's mit dem Video ich bedanke mich fürs Zuschauen ja genau und sage tschau tschüss und auf Wiedersehen tschaui tschaui